So, was geht ab, Shababs? Auf jeden Fall ein neues, neues, neues Video. Diese Nacht kommen noch zwei, drei andere Videos, also checkt die gerne ab, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Wir lassen also auch alles uncut, ganz auf entspannt, Bruder. Ihr wisst auch, ihr seid doch am chillen, Bruder. Wir hören als nächstes Young Hörn alleine. Und ich bin auch sehr gespannt, weil eigentlich, ich sag euch, wie es ist, guck mal, Young Hörn ist ein geiler Künstler. Aber ich finde meiner Meinung nach, ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt gerne auch cool diskutieren. Ich hab das Problem bei Young Hörn, manchmal scheißt der so rein. So, der killt manchmal den Vibe. Ich glaub, der macht das absichtlich, aber ich frag mich dann, wieso? Keine Ahnung, also, bei manchen Songs killt das einfach manchmal den Vibe, aber der hat schon Banger gemacht, Bruder. Der Typ hat so Banger, boah, ich bin sehr gespannt. Alleine hört sich ein bisschen deep an und ich hab auch die ersten Sekunden reingehört. Der Beat ist auch ein bisschen geil. Ich sag ein bisschen geil, ich wollte sagen ein bisschen sad. Herz ist kalt, so wie die Nacht. Du weißt nicht, was du machst. Ich sitz allein da an meinem Fenster. Und denk nur... Hä, warte mal, das erinnert mich voll an irgendwas. Na, 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 na. Na, na. Hä, woran erinnert mich das? Ich fühl mich nach, wenn du wüsstest, was... Bruder, dieser... Also, das kommt mir... Also, ich fühl mich grad so, als ob irgendwas... Hä? Ich fühl dich, fühl... Ja, dann wärst du grad bei... Äh, äh, na, na... Äh, 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 äh... Irgend... Hä? Doch du bist... Hä, irgendwas von Eminem oder so? Äh, na... Digga, ich bin grad so verwirrt. Hä, ich stehe das in den Kommentaren, ich muss das irgendwie wissen. Hab'n ich behindert? We all need that album. Hä, Bruder, sorry, dass wir jetzt stoppen, aber, Bruder, ich bin komplett verwundert. Aber geil, geil, geil. Das ist, glaub ich, die Hook ist unnormal geil. Ey, warte mal. Es erinnert mich sogar an... Digga, was... Oh, Digga, was hab' ich dir geöffnet? Machen wir wieder zu. Es erinnert mich sogar an... Ari. Hi. Ich glaub, ich bin verliebt. Hä, oder? Bin ich dumm? Also, ich glaub, ich hab grad richtig kacke gelabert, aber keine Ahnung. Ich lass' das Uncut drin, Bruder. Also, ihr könnt mich da eines Besseren belehren. Ich bin auf die Parts gespannt. Das ist, was ich für dich... Bei jemand anderem... Okay, let's go. Boah, das Video ist aber 10 von 10. Das Video ist sehr, sehr geil. Also, ich feier den Flow auf jeden Fall. Mein Problem wäre jetzt an der Stelle, dass die Stimme irgendwie so, keine Ahnung, so, sich blechig anhört. Aber ist ja absichtlich so. In der Nacht, du machst das. Ich wollte jedem sagen, du bist nicht wie die Anderen. Bitte, heb ab, babe. Sag, was du machst, babe. Sag, wo du bist, babe. Ich will dich haben. Und ich wollt' dich fragen, ob du noch mal nachdenkst. Über das, was wir hatten. Über das, was wir hatten. Dein Herz ist kürzlich... Okay, jetzt kommt noch mal die Hook, jetzt kommt noch mal die Hook. Also, ich feier den Song auf jeden Fall. Geiler Vibe, geiler, so, so... Dieses, du bist in Trance, du bist sad, du bist... Ja, ich feier das auf jeden Fall. Das Musikvideo widerspiegelt halt auch ganz genau diesen Vibe. Sehr geiles Produkt. Also, geil. Und auch die Locations und so sind so cool. Ich sitz allein da an meinem Fenster Und denk nur an dich nach Wenn du wüsstest, was ich für dich fühl Ja, dann wärst du grad bei mir Doch du bist bei jemand anderem Anderem Dein Herz ist kalt, so wie die Nacht Du weißt nicht, was du machst Ich sitz allein da an meinem Fenster Und denk nur an dich nach Wenn du wüsstest, was ich für dich fühl Ja, dann wärst du grad bei mir Doch du bist bei jemand anderem Anderem Geil, 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 geil Geil, 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 geil Ich hätte mir ehrlich gesagt hier In diesem Part Auch eine Also ein Flow-Wechsel gefühlt So, weil der war ja erstmal ein bisschen so Na, 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 na So auf den Und dann hätte ich mir manchmal vielleicht so Aber, ja Es ist auf jeden Fall Ich geb den ganzen Song so Wenn ich bewerten müsste Würde ich den so eine 7 von 10 geben 7 von 10, stabiler Song, geiler Vibe Musik wieder 10 von 10 so Und, ja man, das war's Von meiner Reaction Ich küsse eure Herzen Danke, dass ihr eingeschaltet habt Lasst gerne auch bei mir ein Like Dann gerne einen Kommentar da Für den Algorithmus Ich küsse eure Herzen Wir sehen uns beim nächsten Video Ciao